Ein herzliches Willkommen zurück zu The Bard's Tale. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. In Star. Das sind das zwei verschiedene Parteien. Kann ich mir auch vorstellen. Das klingt ein bisschen nach Wikinger. Ja, aber hier ist keiner. Okay, hallo? Wer bist du? Okay, es sind tatsächlich sowas wie Wikinger. Ja, war doch ein Haus. Guten Tag. Trawis Schenke. Netter Name. Zu seiner Überraschung fand sich der Barde in der örtlichen Schenke wieder. Nun ja, öfter mal was Neues. Früher war Trawis Schenke mal ein beliebter Treffpunkt. Aber wie fast die gesamte Stadt war auch sie von Wikingern überramt worden. Oh, siehst du doch, Wikinger. Bin ich mit euch eigentlich gewesen? Ah, da ist ja der Barde. Ein Prosit auf eure Gesundheit, Barde. Ich weiß nicht, was ihr angestellt habt. Aber die Leute hier scheinen euch nicht sehr zu mögen. Ich auch nicht, wenn ich mir so lege. Okay. Und du? Krieger? Ihr habt ja ganz schön Nerven, muss ich sagen, eure Visage hier zu zeigen. Moment mal, warum so feindselig? Ich bin noch nie in dieser Stadt gewesen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wie dem auch sei, euch habe ich bestimmt nie was getan. Ach, tu doch nicht so ahnungslos. Tu ich nicht. Na klar. Und als nächstes behauptet ihr sicher, ihr hättet den Orgney-Drachen gar nicht freigelassen. Drache? Welcher Drache? Wollt ihr mich vergackeiern? Glaubt ihr, wir wissen nicht, dass ihr das Monster rausgelassen habt, damit es unsere Stadt verwüstet und die Wikinger den Rest besorgen können? Ach, die Stadt ist das. Ich habe da mal ein großes verschlossenes Tor aufgebrochen. Aber von einem Drachen hat keiner was gesagt. Ups. Spielt den Dummen. Werdet schon sehen, was es euch einbringt. Nun, wenn es bare Münze und schöne Frauen sind, immer gerne. Aber es sieht nicht so aus, als hätte diese Stadt so etwas zu bieten. Daran seid ihr selber schuld. Wenigstens konnten viele Einwohner entkommen und versuchen jetzt die Stadt zurück zu erobern. Vielleicht schaffen sie es ja und retten uns. Ach, das schaffen sie schon. Ich gehe dann wohl mal besser. Genau. Und lasst euch ja nie wieder blicken. Okay, dann weiß ich Bescheid. War ich doch schuld. Ups. Tja, das ist natürlich dumm. Gut, dann schau mal was. Hier bin ich hergekommen, oder? Ja, hier bin ich hergekommen. Also, anscheinend habe ich einen Drachen befreit, was nicht so gut war. Da geht es weiter. Machen wir auf jeden Fall hier nochmal, ne? Halt, nein, nicht das. Das. Okay, dann lasst uns mal da reinschauen. Seidenbart. Der Barde gelangte zum behelfsmäßigen Hauptquartier des Wikingerführers Seidenbart. Da er nicht sicher war, welche Art Empfang ihn dort erwartete, wappnete er sich für eine Konfrontation. Ja, besser ist das. Oh, guten Tag. Wo seid ihr? Uh. Duke. Kann sicher geile Sachen bei dir kommen, ne? Willkommen, mein Freund. Seht euch meine Ware an. Hier findet ihr beste Materialien aus allen vier Winkeln der Welt. Ich biete nur vom feinsten Pfeil. Ja, erstmal Bogen. Ich interessiere mich für Bögen. Ein Bogen gilt als wenig ehrenhafte Waffe. Aber er ist bestens dazu geeignet, einem flüchtenden Gegner etwas mit auf den Weg zu geben. Ich bin def... Das nenne ich einen Bogen. In den habe ich mich auf Anhieb verliebt, wirklich. Okay, ich brauche 4950. Ich möchte mir noch etwas anderes ansehen. Hm. Ey, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ne, äh... Was habt ihr sonst noch zu bieten? Wollt er nämlich zurück? Nein, danke. Also, ich... Zeigt mir eure Rüstung. Ich biete erstklassige Rüstungen Pfeil. Mit ihnen wird selbst der größte Hasenfuß zum furchtlosen Kämpfer. Tja... Das ist ja auch ein geiles Schild. 22 Prozent, dass es mich dann heilt. Ach, ist das grausam. Und was habt ihr sonst noch zu bieten? Das ist alles grausam. Das habt ihr im Angebot. Für einen echten Krieger zählt nur der Kampf Mann gegen Mann. Selbst der blutrünstigste Wikinger wäre mit diesen Waffen zufrieden. Okay. Ja, die... Kampfwaffen sind so lala, aber... Der Bogen... Oh... Ich hoffe, dass ich mich nicht jedes Mal durch die... Hört mal, Barde, ich schulde euch viel. Aber lasst eure Pfoten von meinem Schatz. Hab ihn nur bewundert. Ich habe nichts vor, euch zu bestehlen. Im Moment. Ach, ja. Hallo. Schaut her, wer da kommt! Oh, verdammt. Das gibt ein Gemetzel. Kommt her, ihr Saufköpfe! Der Barde ist endlich da! Einen Humpen Bier und ein gutes Stück Fleisch. Verdammt, gebt ihm alles, was er begehrt! Das ist ja wohl das Mindeste nach allem, was ihr für uns getan habt. Und... was genau war das, bitte? Was das war, will er wissen. Das war der Orgney-Drache, den ihr auf diese verfluchte Stadt losgelassen habt. Viele Monate lang haben wir es versucht, haben auf die Stadttore eingedroschen und die Stadtbewohner abgeschlachtet, wo wir sie kriegen konnten. Dann kommt plötzlich der Drache daher und setzt auf einen Schlag die halbe Stadt in Brand. Das... Das war... wunderbar! Hurra! Ein dreifach hoch auf den Barden! Kein Wunder, dass die Einheimischen mich hassen. Euch hassen, euch hassen! Die hassen euch nicht, Mann! Die achten euch! Sie achten mich? Wartet mal! Nein, nicht achten! Verachten! Sie verachten euch! Verabscheuen euch! Sie werden euren Namen noch in tausend Jahre mit jedem Atemzug verfluchen! Was gäbe ich nicht für solchen Ruhm? Wir schenken euch! Ein todbringender Teufel wie ihr sollte so nicht sprechen. Wo ihr schon mal hier seid? Geht wohin ihr wollt! Schlachtet so viele Einheimische ab, wie es euch beliebt! Und nehmt euch, was euch gefällt! Ganz so, wie es einem mörderischen Bastard wie euch zusteht! Tja... Oh no! U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Come gather round all ye bastards, And raise up a久 to this Darstern! In Hayman three, the fires of Hell, And lad 설� converses in Hell, And lead to run loose over Hale and Tel, Heres to the bard and his scab of our brain, Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, speichern. Und los geht's. Oh ja. Oh Gott, das wird ne Scheiße, glaube ich. Ja, das wird ne Scheiße. Oh no. Oh shit. Okay, das wird dumm. Aber so könnte es nicht gelingen. Nein, so gelingt es nicht. Okay, das ist dumm. Oh, muss ich jetzt alle nochmal... Das ist das Shit. Dann mach mal ne Planänderung. Dann probier's mit den Wikingern. Tatsächlich. Vielleicht hab ich ja Glück. Zu dem Speicherpunkt. Dann befreien wir einfach die Leute da unten oder gehen provozierend in Angriff. Aber das macht man natürlich erst bei der nächsten Folge. Ich sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Tschüss. Tschüss.